Das ist Kulm, im Burgenland, am 18.04.2015. Was ist das denn? Schick das raus. 300m scharf links abbiegen und auf Kulm. Sehr verspielt, aber auch gleich mit links. Jetzt scharf links abbiegen. Da hinten noch Zeit, ne? Und wir fahren jetzt links. Sieht alles ordentlich aus. In 700m haben Sie inzwischen den Ziel erreicht. Dann links. Eben. Bis dahinten. Das machen wir gleich zusammen. Das ist nicht voll. Das ist nur die andere Seite von der Pinta. Das ist immer ausgetrunken. In 300m haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Dann wenden. Das ist immer noch Kulm und Eberhau. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Philippines und Eberhau. Und hier abbiegen. Und wieder vorher wäre die Eberhau. In 70m hin uns abbiegen. Ja, wir wollen die Ordnung ganz sehen. Das sieht ja schick aus. Weil es muss erst mal im arabischen Stil jetzt links abbiegen. Jetzt sind wir aus Gassel. Wir drehen am Ende um. Schon 80 Meter geht das abbiegen. Dann das bisschen drehen. Das reicht uns schon. Das sieht eigentlich super schick aus. Viel Arbeit. Alles vorzubereiten. In einem Kilometer links abbiegen. So hübsch ist unser Dorf, ey. Hallo. Hallo. Hier. Ich bin angewandelt. Da muss seine Stelle. Gemeindeabend. Hauptplatz. Oh ja, Mensch. Hauptplatz vergessen. Ich muss den Bau hier. Zentrum woanders hinlegen. Gucken wir doch. Wir müssen ja nochmal den Hauptplatz sehen. Wenn möglich. Bitte jetzt wenden. Ja, hier bau ich den noch auf. Marktplatz. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Ah, hier bau ich den noch auf. Einfach nur die Kirche zeigen. Und dann drehen wir jetzt. Jetzt links abbiegen. Ah, hier muss man den Öl davon biegeln. In 200 Metern am Ende der Strasse links abbiegen. Ah, hier muss man das Beine. Keine Ahnung. Das ist ein Pützchen auf. Ah, das sieht ja prima aus. In 50 Metern links abbiegen. Aufräumen. Für die Häuser. In 300 Metern links abbiegen. Aufräumen. Für die Häuser. In 200 Metern links abbiegen. Aufräumen. In 200 Metern links abbiegen. Aufräumen. Jetzt links abbiegen. 2,6 km der Straßgefunden. Es war für eine Töne. Wie ist das denn? Das war für eine Töne. Oder ein griechisches Restaurant, oder eine Pizzeria. Muss ich das machen? Ich wollte noch ein bisschen inspirieren. Und da ist wohl das Osterfeuerfest. Auf dem Berg. Und tschüss, sehr, sehr gut. Danke.